Jo Leute es geht hier weiter mit Monsanto Reis. Reis schmeckt lecker, ja auch Weis genannt. Äh ja wir haben die komplette äh wie hieß die Rüstung nun mal? Boah. Bis hatten ja. So kack Gegner haben mich 10 mal besiegt alter. Einmal ist es auch mal gut. Deswegen direkt zum nächsten. Auf unsere Agenda. Ich hab Bock. Wir wollten entweder Pukai Pukai oder Baros oder Basarius. Ich glaub Baros wäre, ich würde sagen der nächste. Mach mal den mal. Barot. Und danach wäre ich dann Pukai Pukai. Und dann irgendwann ein Basarius. Du musst ja schauen. So. Baros ist auch so ein Schlingel. Der hält einiges aus. Äh. Da sind sogar viele, viele, viele neue Gegner. Hier geht's auch durch, ne? Guck mal hier. Wir können ja Da das Ich wollte ja eigentlich, äh, das Ding nehmen. Was ist das für ein Felsgebiet? Okay, dann haben wir die eigene Möcke auch weg. So, gucken wir mal erstmal hier, der rechte, äh, der linke. Der links. Der link ist der. Oh, da ist er doch direkt, ne? Oh, da sieht aber ganz crazy aus. Sieht ja auch so gut aus. Oh. Klingt ja schlussischlamm. Der hält aber auch einiges aus, ne? Wo wir angeschaut haben. Ja, dieses Zeug verlangt uns. Das ist halt, ey. Warte mal, da oben ist noch was, was wir nähen könnten. Hier ist auch noch was. Nächster. Junge. Hier hat er mich erwischt. Hier auf die Katze geht. Oh, was ist da? Aber jetzt hast du schon gedacht, ne? Ich fühlst mich schwamm. Oh, was ist da denn? Oh, er kommt. Oh, er kommt. Der hier kommt. Das ist wahrscheinlich Spassarius. Aber Pukai, Pukai kennen wir eigentlich schon. Da ist nur noch andere zwei Fragezeichen. Ich werde schön abgebrochen. Oh, er ist aggressiv. Oh, er ist aggressiv. Oh, nein. Ich sterbe. Das war viel zu viel auf einmal. Das war auch dumm von den Katzen, dass die mich nicht holen. Ach, der kommt direkt zu mir. Der wird es aber wichtig wissen. Warte mal. Wetz mal. Und da würde ich sagen, Wetsion. Ach, der. Oh. Oh, ich ne, ne. Da geht's zu diesem Unbekannten. Oh, mein Gott. Oh. Lass mich Rathalos nehmen. Nice. Wir haben Rathalos. Das ist geil. Warum dreht er sich nicht? Hallo. Boah. Tschüss. Hier den Homekick geht. Guck. Rathalos, wir schaffen das. Der ist auf meiner Seite, Rathalos. Aber warum hin? Wo ist denn Rathalos, der ist direkt nie. Der hat eben 70er Schaden. Tschüss. Uuuuuh. Eieieiei. Jetzt bereuen wir uns aber mal, ne? Jetzt bereuen... Oh nein. Nicht schon wieder. Ey, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist nämlich immer unfair, Alter. Er zieht dann die Hälfte ab. Und dann kann ich nichts machen. Mit dem letzten... Ich würde mich ja gerne heilen, aber die kann... Keine Ahnung, was das für... Was die für Probleme schon mal hat. Ah. Das geht mir so um Sack. Ey, noch einmal, dann war's das, ne? Dann ist er der erste down. Oh, man. Hey, shit. Versailles. Was soll ich da machen? Ich kann doch nichts anderes machen. Ich mein, Heilung hab ich ja, aber... Der Ding ist, der ist direkt aggressiv. Was machst du? Was machst du am Akku? Oh, da muss ich mich da irgendwie wegschwingen. Ich bin, sieh. Ah, das ist auch so, Frau war. Wie, sieh. Das ist auch so, Frau war. Oh, der macht das. Oh, nee. Nix da, ja. Oh, ja, und dann hat er wieder geheult. Warum rückgrat? Wir müssen erhöhen, Alter. Kann doch nicht sein. Ich kann ihn auch da in die Feinde reinlassen, ne? Wieso raut der denn schon wieder ab? Ja, wir können hier, da. Da geht ja schon wieder was. Da geht ja schon wieder was. Ist das von innen? Ja, ist wohl gerade hier. Nein, wir müssen auf jeden Fall wieder schärfen. Ja, das war aber mein Fehler. Das gab es auch damals nicht. Das waren einfach... Alte Schreit war doch eigentlich besser, ne? Nein, ich wollte mich... What the fuck, Alter? Junge, wie krank ist denn der? Das ist krank. Aber ich glaube, das erste Mal, das... Junge, das ist heftig. Ich würde aber sagen, ich schneide das Ganze und wir sind dann gleich wieder. Es dauert ja, bis man den gefunden hat. Oder was heißt, gefunden, aber... Bis man den noch ein bisschen angekratzt hat. Aber ich werde das ein bisschen cutten und dann sehen wir es gleich. Irgendwie ist das... Ja, ist ein bisschen doof gemacht. Ich glaube, ich werde auch die beste andere Waffe aus. Die ist echt nicht so geil. Ich weiß nicht, wieso. Wie kann man nochmal Waffen wechseln? Wieso das hier... Nicht so gut ist wie die anderen Waffen? Hier. Na, guck mal hier. Das Orange ist ja... Schon da. Und da ist alles schon... Und es hat noch einen Verteidigungsbonus. Also, ich weiß ja nicht. Naja, wir sind zwar gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt maximal an den Käfern gesammelt. Ey, bleib doch mal stehen. Letzte Sau. Äh, ich meine. Ich habe jetzt auch... Schärf da. Das ist Max. Angehör ist auf Max. Äh... Verteidigungs auf Max. Aber trotzdem zieht er hat mich einmal schon... Sieg zu anderen mal. Er ist gerade erschöpft. Das ist gut für uns. Ja. Nein, ich hab da Zeit. Ich wollte gerade weg. Schmeiß. Jawoll. Ruf da, ey. Oh, meinst du ein Schuss? Ich bin schon. Da ist nur ein Feet mit der Kappe, das ist ja wieder sowas wie bei den Meinen. Scheiße. Hey, was macht der da? Aber wieso macht er das? Ich habe mich selber erreicht. Er ist angetötet. Ich habe mich selber erreicht. Hm. Den Helft. Ich habe mich selber erreicht. Ich wollte auch gar rollen. Ich habe vor zwei Minuten schon rollen geflückt. Kann er sich verletzen oder irgendwo gegen die Hand? Ich habe mich selber erreicht. Danke. So. Er haut wieder ab. Heißt. Oh ne. Hä? Was macht der denn da manchmal? Warum hat der sich denn in den Schlangen? Was ist mit dem Fallchen? Der haut immer noch nicht ab. Er hat immer noch nicht die Schnauze voll. Jetzt aber. Ja okay. Geht. Äh. Äh. Da haben wir so Abkürzungen auch gezeigt. So. Was sind das eigentlich für Viecher? Haben wir die schon mal besiegt? Hallo. Holg dich doch mal. Beleg die noch. So. Der ist ja hier lang gegangen. Hier lang gegangen. So. Der ist ja hier lang gegangen. So. Er soll sich mal heilen. Oh. Außens. Mucks. Max. Mehr geht nicht. Hier nochmal Verteidigung. Durchsetzen. Trotzdem. Zieht der mehrbar schon. Das war's für mich. 20er schauen erlauf scheiß schlammdinger hat schon wieder ab ja, er hat schon wieder ab oh, Atien Atien ist hier hat höf sich hier nein nein ich denke ich habe ein bisschen scheiß hier oh shit ja, wo sind die beiden? sind beide weg haben die was gedroppt Doppelackersart Doppelackersart die haben gar nichts gedroppt gar nichts weiß nicht, aber unmöglich 0 gedroppt was ist denn jetzt? wäre gerne wenn der Unbekannte, ne? also diese Basarius auch mitkommen würde auf den Kaffee-Blautsch ne? ne? oh Ich brauche mir diese einen, die Sekten, die Bezug beurteilen. Ach scheiße, das war schon nicht. Ja, guck mal, kannst du hier Verteidigung boosten? Oh, was hat er da? Was sagen musst du, Alter? Was, ein Brocken. Ich hätte das Spookaipooka gemacht. Boah! das hat gut gezogen war nein nein miste oh tain le chou aille hey Geht er mich getroffen? Shit Ich komme Arra arra Ich komme wieder wartscht Wie eine Mist Aber wir haben ihn falsch, ne? Ich schwätze mal Aus dem Weg, den kleinen Scheiß, Dinger Ich schütte das aber Ich schütte das aber Ich schütte das aber Stimme Komm, komm Das vom Marsch keinen Schaden Beschütte Der RP Der nuanced aber $engage geht oder? Ich kann mir nicht erforschen das war ja so wir haben ihn aber ich dachte man kann den schwarzen abmachen wir haben nicht so viel gebrauchen bei dem egal ich weiß nicht da die bist du auch von dem nehmen da ist jetzt gar nicht kanzler muss man sie die richtung aus kanzler klar deine momofa ist weg gespawnt naja das ist ein bisschen doof gemacht dass sie nach zwei sekunden wechs bohren gefühlt so wir haben ihn endlich und zwei also zwei plus boss fights zwei andere muss lieber steuern konnten barus schwanz dünnerschlamm reparat panzer schlamm ich glaube nicht so viel aber ok so ich würde sagen jetzt machen wir pukai pukai noch und den anderen machen wir auch schon nächstes mal aber warte mal was gibt es denn bei barons für eine rüstung was auto was ist denn da wo ach da sie ist nicht so stark ne skype ne auf die kann schützen da wir werden für Vielen Dank.